Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die die Rettungsgasse gebildet haben, die regelmäßig auch über die Rettungsgasse berichten und insbesondere auch über die, die im Verkehrsfunk dann zeitnah an der Rettungsgasse gebildet werden soll, diese Information geben, dass sie tatsächlich gebildet wird. Die Rettungsgasse ist eine sehr gute Einrichtung und wir haben von den Blaulichtorganisationen die Bestätigung, dass es im Moment einfacher und besser funktioniert als in der Vergangenheit.